So, wir haben mal wieder vergessen, den Timer richtig anzuglotzen. Ich glaube, ich habe jetzt viel zu spät drauf gedrückt, sodass das Video irgendwie Pann haben könnte. Hat es ja sowieso, glaube ich, und ja, Meck hat nachher nicht rum, in den Kommentaren zumindest, meine ich, wenn es Kommentare gibt. Also ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Ist das Erde? Hey! So. Was ist eigentlich an der Idee mit dem Türlabyrinth so übel? Tür, nicht Tierlabyrinth. Tierlabyrinth! Hey, ich stecke durch den Eisbären und ich seziere den Forsch. So. Dann wollen wir uns mal in das Labyrinth verirren. So Labyrinthik folgt es noch gar nicht. Seht ihr? Alle Türen führen zum Ausgang. Das wollen wir mal ändern. So. So. Keine Tür führt zum Ausgang! Yeah! Ups. Wird doch nicht so eine tolle Idee. Warum habe ich jetzt das Holz dafür verplempert? Verplempert! Warum? Hm. Jetzt sollte ich mich mal an die Suche nach dem richtigen Unterschlupf machen. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. So, wie Apokalypse. Hm. Hm. Ich übel, da passt ein bisschen Werkzeug rein und... Ja. Aber fürs Erste reicht es aus Erde, oder? Weil... Ja. Aber ich sollte auf jeden Fall da irgendwie Glasfenster anbringen. Weil... Wer kennt das Wichtige? Endermans können nicht durch transparente Blöcke hindurchsehen. Irgendwie noch ein bisschen albern, oder? Und so. Hey, guck mal nach draußen durchs Fenster. Das ist wundervoll, das Wetter! Und da draußen läuft ein Steve rum. Oh, ich seh gar nichts. Das ist alles schwarz. Hm? Ja. Aber mir wurde erzählt, irgendwie in einem nächsten Update von Minecraft soll man auch die Sicht von verschiedenen Sachen haben. Dann zum Beispiel als... Ähm... Als Queeper sieht man das alles irgendwie ein bisschen wie die Fliege. So was. Als Zombie, äh... Ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher über was. Was ist? Und, ähm... Ja. Hm. Bei den Endermans soll man eben genauso gucken. Nur in lila. Und wie und... Ja. Und man kann eben nicht durch Glas hindurchsehen. Was ein bisschen ärgerlich ist, wenn man im Haus an Fackeln gespart hat. Und einfach ein paar schöne Glasblöcke. Dann ist es für einen Stock dunkel und... Ja. Allerdings haben doch Endermans auch Nightwism, also Nachtsicht. Und ich glaub, das wirkt ja auch in dunklen Räumen, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Aber, ja. Ich bin ja kein Enderman und deswegen kann ich ungestört ein paar Sandfenster machen. Ach ja, stimmt. Dafür brauch ich Brotstand und ich hab keine Arm... Keine... Äh... Kein Pickel. Also, ihr wirst pickaxed. Und... Ja. Ich könnte mir jetzt zwar einfach was bauen, aber ich bin einfach so faul und lasse einfach ein Loch in der Wand. Da können wir uns zwar Endermans durchgucken, aber... Fürs Erste reicht das. Das ist ja ein bisschen unwahrscheinlich, dass direkt ein Enderman direkt von meinem Haus bohnt. So unwahrscheinlich nun auch wieder nicht. Darüber mach ich mir Sorgen. Hm. Das sieht blöd aus. Auch kacke. Hm. Räuscht das? Möchtest du sein? Nein! Hm. Ja. So. Aber wo ist eigentlich das große Problem da dran, eine Pickaxe zu bauen? Ein bisschen Holz. Das Blöde... Das Blöde ist, in dieser ganzen Folge bin ich fast noch kein Stück weiter gekommen, weil ich einmal von einem Creeper gekillt wurde. Ich glaub, dann bin ich ertrunken. Was bin ich als erstes? Bitte schreibt das in die Kommentare oder sowas. Ähm. Was war das nochmal? Wurde ich nicht erschossen? Ich glaub, von einem Creeper in die Luft gesprengt. Ach nein, ich hab mich in Lava selbst schon gebracht, weil ich dachte, dass ich von einem Zombie getötet werden würde. Naja. Aber im Endeffekt war es wahrscheinlich überhaupt nicht so. Und dann hab ich wertvolle Spielzeit zwar gespart, aber... Aber das hat mich leider kein bisschen weitergebracht. Im Gegenteil. Ich weiß, vielleicht bin ich in den Folgen kein guter Redner, also laber nicht so viel über Sachen wie zum Beispiel andere Profile als Player wie Gronkh. Also wirklich, Gronkh dir zu ehren. Ähm. Ich hätte gern ein Autogramm. Ähm. Und... Ein Glück, dass ich einen Unterschlupf habe. Was? Uh. 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 Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wie. Jetzt. Kommt. Ein. Kuiper. Ich werde den Computer aus dem Fenster schmeißen. Vielleicht. Aber dass man Dingens hat nicht so gut hingehauen. Ihr wisst. Dass man Stein anscheinend. Wenn ich da je wieder lebend rauskomme. Danke, wer immer das Spiel beeinflusst. Hab ich das nicht schon mal gesagt? Oh, mir ist das Mikrofon das Mikrofon. Scheiße. Scheiße. So, dann versuche ich mal hier wieder rauszukommen. Äh. Ich hab kein Holz. Äh, ich meinst. Kein Stein. Äh, he, he, he. Das ist so frustrierend. Nein. Hm? Wo ist mein Haus? Ah, das ist zu gut getarnt. Warte. Passend spinnig durch 1x1 Blöcke durch. Durch 1x1 Löcher. Also eigentlich würde ich jetzt gerne irgendwas in einem Ofen verheizen. Ich meinte verheizen, aber dazu braucht man ja auch irgendwas, was man kochen kann. Wie schlägt man nochmal? Ah. Ach nein, so rennt man. Puh, Entschuldigung, ich suche gerade was zum Schleichen. Entschuldigung, Option und Steuerung. Sorry, aber schleichen. L-Shift. So. Ah, ja. Tatsache so. Zombie. Da ist ein, da ist ein Zombie. Zombie. Ups. Sollte ich ihn jetzt killen, um ein bisschen was zu kriegen, um nicht zu verrecken? Oder sollte ich... Scheiße. Oh, ne. Ah, 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 ah! Hilfe, weit her! Ein Glück, dass da hinten mein Haus ist. Wo, das gute alte Haus. Wo ist die Tür? Ach so. Wer? Creeper und Creepers untersteht euch so in der nächsten folge wird wahrscheinlich spannend weitergehen oder ich werde drauf gehen also entweder ich verhunger hier drin oder hey warum ist es so hell hier drin also ich finde es hier also ich verhunger hier wahrscheinlich drin und werde nicht etwa von einem zombie erschlagen oder sowas oder von einem creeper in die luft gesprengt hat das man krüfer wäre schön wenn ich nicht in die luft gesprengt werden würde und wenn er nicht mal verschungen wurde ausnahmsweise denn du hast mich schon zweimal umgebracht das das werde ich dir heimzahlen oder du wirst einmal auslassen so um nicht auf schlechte gedanken zu kommen baue ich meine truhe das ist ein stammender zombie nein doch kein creeper komm ich muss mich durch die tür quetschen bin ich jetzt drin oder draußen hat ihr sowas auch schon mal dass ihr so mitten in der tür steht und dann rein oder raus geht also euch dann entscheiden könnt oder werdet ihr dann weggequetscht ich finde auch übrigens zu diesem update update ist zwar schon etwas älter aber hier diese türknaufe ganz lustig und das ist so ein bisschen eisenbeschlag hat also das sieht irgendwie so aus wie eine gefängnistür aus dem mittelalter oder sowas und auch so andere türen wie aus tropenholz oder sowas finde ich ziemlich cool und das war allerdings auch zäune aus verschiedenen holz bauen kann bzw ich glaube vorher war das so dass man die dann zwar aus verschiedenen holz bauen konnte aber die dann alle nur eichenholz zahlen hießen und gleich aussahen ja so ich brauche langsam was zur foto und ich muss pinkeln deswegen springe ich auch so rum ich finde ich kann ja ähnlich raus und ich werde sowieso verhungern also warum dann nicht schnell weil ansonsten werde ich noch unheimlich lange warten müssen und dann dauert es bis in die nächste folge bis ich endlich verhungere also ich sage mal wenn ich verhungert dann auch schon richtig hä warum geht das letzte ding nicht weg ach so ich habe eine letzte chance danke gott aber ich werde dich nicht mehr brauchen das sind die letzte chance die kommst du dran ab jetzt schon mal ich ich bin ich bin und 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 Kann man die essen? Schnell, kann man die essen? Kann man die essen? Nein, damit kann man nur kaputt machen. Nein, nein. Die kann man nicht essen, Mist. Kann man die Tür essen? Oh, 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 oh. Die schlägt die ganze Zeit gegen meinen Kopf. Nicht so ein Lieder. Oh, oh, oh. Oh, ich muss was essen. Hey, habt ihr was zu essen dabei? Kumpels, ein Domains. Zombies. Oh nein, er will mich essen. Also, lieber weg hier. Hm, der sieht nicht gesprechsfreundlich aus. Ah, aber auch nicht gesprechsfeindlich, also. Ja? Bange ich jetzt oder werde ich vom Zombie? Hm. Fleisch kann nicht mein Haus essen. Ich komme nicht dran, ich komme nicht dran, ich komme nicht dran. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist... Ich verhungere. Hm. Wir werden jetzt spannend in der nächsten Folge sehen, ob ich sterbe. Hm, weil das Ding blinkt die ganze Zeit. So. Und tschüss. Bis in die nächste Folge von Bendix spielt. Äh, äh, wenn das mein Kopf ist. Es könnte auch sein, dass ich mit Police 2 weitermache. So. Und tschüss. Tschüss.